Ich sage nur meine Meinung. Es ist nicht schlecht, was ich sage. Ich sage nur meine Meinung zu dem Paket. Du musst dann klarkommen, dass auch andere Leute eine Meinung über dich haben oder nicht. Ja, aber sie können mich nicht abstimmen, als wäre ich undankbar. Du hast jetzt gerade hier 10 Minuten Rage gemacht darüber, dass es nicht genug war. Kein Red Bull Peach und die falschen Chips. Ich habe nichts Gutes gehört, nur Popcorn, nachdem wir dich dreimal gefragt haben, ob da was Gutes drin war, hast du gesagt, ja, Karamellpopcorn. Junge, das war eine Kalalbox. Leute würden stechen für diese Box. Diese ganzen Kinder, weißt du, die austicken für eine Box. Und weißt du, deswegen, ich sage dir nur Präsentation, mehr als das ist das nicht. Und das hast du leider wirklich... Ja, ich bin halt kein Kind mehr, sorry. Ja, aber jetzt ist das auch anders ausdrücken können. Naja, auf jeden Fall, solange wir gut sind, nächste Box. Ich habe gerade ein paar Bomben verteilt und so, die haben auf jeden Fall verstanden. Ich glaube, die wollten mir keine Box mehr geben. Doch, Gott, ich habe einen rumgefetzt und so. Nur für dich, nächstes Mal, du kriegst zwei Red Bull Peach, zweimal milde Chips, ne, auch noch süße Chips, wenn du willst, wir machen das. Keine Frage. Aber guck mal, ich habe 3-0 gegen euch verloren und der Dank war halt richtig mies irgendwie. Hey, das ist ja... Also... Du hast ja einfach etwas geschafft bekommen. Guck mal, du hast doch... Warte mal, aber... Du bist so was, ich... Ich bin halt nur ehrlich mit euch. Ich fang zu 3-0, dass ich mit meiner Dank, meine Community... Ihr habt meine Community nicht mal was zurückgegeben irgendwie. Das ist doch deine Aufgabe! Das ist doch deine Aufgabe! Das ist doch deine Aufgabe! Das ist doch deine Community! Aber... Ich habe, ähm... Habibi, unsere Community kriegt immer was bei uns. Nach jedem... Ich schwinge immer! Ich habe gesagt, meine Community hat das gewonnen. Und dann dürfen die ja auch was haben, so. Sollten sie in deiner Community was schwingen? Ey, was ist... Aber ist sie gescheuert? Aber ist sie gescheuert? Nein, ich bin nicht gescheuert. Ich weiß ganz, wie ich hier rede. Aber warte... Es ist so, ihr seid eine Firma. Ich bin keine Firma. Aber warte mal kurz, Derya. Du möchtest, dass wir... Ich bin Derya. Auf Diktok. Derya, es tut mir leid. Ich habe mir Mühe gegeben. Es tut mir leid. Ich werde in der Schule haben. Die Lehrer hat dich noch viel schlimmer genannt. Deswegen, ne? Aber egal. Auf jeden Fall, Derya. Du erwartest, dass wir dir... Andere Tipps. Red Bull Beach. Was anderes noch geben in der Box. Plus deiner Community noch was schenken. Sollen wir das Ganze... Guck mal. Schick uns eine Nachricht. Wir übernehmen das Management für dich. For free. Nur, weil du hast recht. Was ist das für ein Quatsch? Wäre ich eine Firma, hätte ich viel mehr reingetan. Weil ich weiß, dass sie das öffnen wird. Und sie hat dank ihrer Community gewonnen. Dank und dankbar. Merkst du, wie ich gerade bin? Derya. 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 Drake. Derya. Oh mein Gott. Derya. 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 Ich liebe euch, Leute, ich liebe euch, weil ich hab gesehen, ich... Christian, Christian, ich steh'n wie Hitschel an! Okay, das sag' ich nicht, aber ey, ich liebe euch, ne, weil ihr wart zu lachkig. Ich hab' die Kommentare mitgelesen, ich musste mich beherrschen, ne. Ich war so lustig in den Kommentaren. Oh mein Gott, Kuss an euch alle, ihr seid wirklich die beste Community, ne. Nicht wie Darius, wir rufen jetzt die Cookie Bros an und sagen, ey, ich steh'n auf die Community. Leute, ich sag' euch jetzt eine Sache, meine Freundin guckt immer den Livestream von diese DERIA und sie hat mir gesagt, dass sie über uns gelästert hat, sonst hätt' ich das gar nicht herausgefunden. Und dann hat sie auch undercover nochmal gefragt und dann hat sie nochmal abgelästert und gesagt, ja, die haben mir voll die falschen Chips gegeben und das und dies. Guck mal, merk dir mal eine Sache, wenn du etwas geschenkt bekommst, entweder nimmst du das an und hältst deine Fresse oder du sagst, nein, ich möchte das nicht haben und hältst dann deine Fresse, du Scheißkind! Und dann geht's, du schreckst, nein, du schreckst, nein, du schreckst.